Willkommen zurück bei The Great Castle Adventure. Wir sind wieder mit Toad unterwegs. The key to this castle is stars. You are not gonna be able to get very far with awesome. Da können wir noch nicht rein. Brauchen wir 16 Sterne, wir haben erst 9. Äh, geh hoch. Der Fahrstuhl funktioniert noch nicht. Up to the balcony room. Zum Keller, Castle Dungeon. Die nächsten Level warten hier. Wie weit geht das runter? Erstmal nur da. Okay. Boom, boom, Fortress. Was gibt's da? Bob-Oms? Auf jeden Fall Star Fox. Ne, Quark. War Star Fox-Mucke? Ne, Quark, das ist F-Zero-Mucke. Ist jetzt... Na, ich komme durcheinander. Kommt da heute noch was? Auf jeden Fall Bullet Builds. Alles klar. Bist du mal Bescheid? Hoffentlich sind sie so gnädig und lassen mich wechseln mit Level schaffen mit Toad. Lass die Blume da erstmal stehen am besten. Flachschießen! Daher muss ich dafür... Äh, aufhören zu rennen, wenn ich schießen will. Nehme mal mit. Ha! Matrix-mäßig. Oh oh, oh oh. Wupp. Hättet ihr nicht gedacht, dass ich mich ducken kann? Dass ich den Sprung jetzt geschafft habe, war schön. Hätte auch anders sein können. Dreck-Sie! Wupp. Dass die jetzt Notenblöcke einbauen, finde ich nicht schön. Leider habe ich jetzt keine... ...meine Blume mehr. Und da kommt der nächste von diesen... ...dreckigen Jagdkuppern. Nein! Oh Mist. Das war doof. Natürlich habe ich jetzt wieder... ...keine Leben. Und kriege jetzt erstmal nur ein Herz, oder? Habe ich das Ding darüber... This is my fortress, go away now, boom, boom. Ach, ist das ein Schlosslevel? Mit Boss diesmal? Ich dachte, das war das letzte Mal schon. Stone Castle. Da habe ich mich getäuscht. Wo war das nochmal? Ich kriege erstmal nur einen Pilz wahrscheinlich. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Aber kann man mit leben. Nicht, nicht, äh, äh, hier... ...ducken, ohne... ...dass ich das will. Bitte. Ja, diese komischen, weiten Sprünge. Die sind irgendwie knapp. Das war knapp. Die nehmen wir nochmal mit. So, erstmal... Wow. Und Hintergrund fängt es an, irgendwie zu rumoren. Wettertechnisch. Komm her. Ach, blöder Kackvieh. Komm einfach her. Ach, Mist. Ich hätte jetzt einfach weggehen können. Dann wäre er aus dem Bildschirm gewesen und alles wäre gut. Diesmal hält er mich nicht auf. Äh, hat er auch eh nicht. Erstmal abwarten, müsste ich mal schießen. Okay. Ja, da wollte er mich verarschen. Äh, nein. Nicht kaputt machen. Oh, nein. Oh. Wupp. Wo darf ich hin? Ich darf... Ah, ein Glück funktionierende Trampoline. Exzellent. Nicht wie die Notenblöcke, die jetzt natürlich kommen. Man könnte es auch knapper machen. Hey, didn't you read the thing? I guess I have to get rid of you the hard way. Boah, ich kampf. Ich süß. Oh, nein. Not my precious shiny star. Wir haben ihn besiegt. Yippie. Zehn Sterne. Hat ja auch ein bisschen gedauert. Ausnahmsweise. Bin ja gestorben. Weiter in den Keller hinab. Castle Dungeon. Door Dungeon. Kommen wir nicht rein. Warum können wir da noch nicht rein? Habe ich oben eine Tür übersehen? Bin ich Mario? Bowser caught a lot of my toads when he captured the princess. Wir all looked in this dungeon somewhere. Ja, ist gut. Du bist eigentlich befreit. Egal. Kannst ja wegrennen. You are the best, Mario. Ich bin nicht Mario. I heard that Luigi has come to help you save the princess. Have you meet up with him yet? Nein, den haben wir noch nicht getroffen. Außerdem bin ich selbst ein Toad. Zwar mit einem freundlichen Kopf, aber egal. I love you, ma... Halt ja die Fresse. Thank you, I don't know about you, but... I think this castle is really scary. I feel sorry for the princess. Kann ich irgendwie da hochspringen? Mit Luigi vielleicht. Ein Yoshi, was ich nicht nutzen kann. Mein Englisch ist natürlich wieder scheiße. I talked I never get out of the... Thank you bunch, Mario. Ah. Und sich jetzt da durchhämmern. So, haben wir doch gemacht. This is mean I'm free to go. Nice. Yeah, overhead the guards taking some areas have more than one star. Be sure and check the front of each warp door. Jetzt kommen wir jetzt zu den Levels, die mehrere Sterne haben. Vorsichtshalber gleich abschießen. Shy Guy Cave. Ich mag Shy Guys. Was haben wir... Ach, danach kommt, du Family Mansion. Den gehen wir zu den Shy Guys. Hallo. Hallo. Was soll das... What? This is a red coin challenge. If you can find and collect all 100 red coins, then a star will appear somewhere in this cave. Okay. Red coin challenge. Da hätte ich jetzt wirklich gerne lieber jemand anderen. Hier lies the star, Alter. Da gibt es also den Stern. Stehe. Wir könnten jetzt nach links gehen und nach rechts gehen jetzt mal nach links. Wir könnten jetzt nach links gehen und nach rechts gehen jetzt mal nach links. Mit link wäre das also wieder mal nicht möglich gewesen. Okay, ich brauche das Trampolin irgendwie. Und wenn ich da rüber springe und das denn so mache, dann funktioniert alles wunderbar. Dann nehme ich es mit. Um keine Ahnung, wo hin zu kommen, geh erst mal nach unten mit den Dingen. Okay, dann halten wir nach oben. Wir könnten den Sprung von hier aus eigentlich schon schaffen. Nein, könnten wir nicht. Wird also diese Folge nur zwei Sterne lang gehen. Würde eigentlich gerne das Trampolin damit hochnehmen. Vielleicht da rüber springen. Da oben ist mich noch eins. Eine Münze. Aber wie kommt man da hin am besten? Nicht alles wegmachen, ansonsten kommen wir nicht mehr hoch. Das wäre natürlich doof. Wäre das doof? Ich weiß es gerade nicht. Hm. Wie machen wir das am besten? Ach, komm. Ach nee, muss ja eh jetzt runter. Ich komme da nicht mehr so hoch. Wird natürlich wieder mitgenommen. Äh, wie komme ich denn da hin? Verdammt. Andere Seite. Hätte ich den ehemaligen nicht getötet. Ach, Mist. Du, 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 du. Ihr geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Ach. Kommen wir denn über, äh, da, denn wohl zu den Ehen Münzding. Könntest du ja auch einfach so machen. Ja, kommt mal da runter. Kommt mal da runter. Weg da. Das ist ein Weg. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Münzen ich schon eingesammelt habe. Habe ich jetzt alle Münzen hier? Glaubt schon. Also, auf der Seite dürfte ich jetzt alles haben. Ich nehme das mal mit. Bin ich von oben gekommen? Bin von unten gekommen. Äh, nein. Das könnte mich totglitschen. Habe ich keinen Bock drauf. Wollte mich jetzt so... So, einfach so runter, durch, rutschen lassen. Aber nö, ist zu gefährlich. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das Trampolin jetzt so gut ist mitzunehmen, äh, so eine gute Idee war. Boah, schnell wieder rauf. Noch haben wir nicht alles. Ich glaube, dann wäre ein Ton, äh, klungen. Das geht erst mal rückwärts. Danke. Ah, dass jetzt noch so eine Passage kommt. Uh. Eigentlich dürfen wir doch jetzt alles haben. Außer in der Röhre ist jetzt noch irgendwas. Was ist denn da jetzt noch? Das ist jetzt noch das. Okay. Uah, ich habe fast runtergerutscht. Hui, hui, hui. Kann ich da irgendwo rein? Da kann ich runterfallen. Irgendwie noch mehr Münzen oder so. Da waren noch welche. Da oben komme ich jetzt so einfach nicht hin. Okay. Natürlich kommen wir jetzt so eine Viecher mit, die die nicht abschießen kann, extra. Äh, das Trampolin ist jetzt nicht für immer weg, oder? Ansonsten komme ich da nicht hoch. Habe ich das Viecher getötet? Zufällig? Buah. Die richtige Taktik? Endlich. Wohlang am besten. Ich will jetzt nicht aus, was ich in den Abgrund springe. Aber ich kann ja nur nach rechts jetzt eigentlich. Ah, ne. Kann ich nicht hin. Stopp. Das ruckelt gerade leicht. Irgendwann macht mein Rechner gerade. Ich wollte eigentlich das Trampolin mitnehmen, um vielleicht besser rüberkommen zu können bei manchen Stellen. Ihr seid scheiße. Boah. Da kommt kein Vieh raus. Wir sind wieder hier. Ich muss unten reinspringen. Wo ging es lang? Unten. Unten ging es lang. Okay, ich hätte es auch so machen können. Ich hätte auch komplett einmal durch von einer Seite. Kann man ja nicht wissen. Wo kommt der blaue Block her? Die hat die alle kaputt gemacht. So. Wir haben aber den Stern. Yippie. Hat ja lange noch gedauert. Als nächstes denn das? Kommt da eigentlich noch irgendwie was? Lava-Welt. Lava-Kassel. Ey, hast du irgendwas zu sagen für mich vielleicht? Sweet Freedom! Süße Freiheit. Moment. Eigentlich überziehe ich hier gerade unnötig, aber... Man, how do you get up there to save me? Your jumping skills are impractible. Impossible. Eigentlich nicht. Da geht es zu einem Level. Hier haben wir nochmal Desert Village. Auch nur ein Stern. Wir erstmal die ganzen Viecher. Yes, I really want my advice, Mario. Don't enter that door over there. I heard something scary traveling around in the next room. Da gehen wir noch nicht rein. Wir machen erstmal die ganzen Level hier. Die haben wir noch nicht... Ach, er ist runtergefallen. Thanks a bunch, Mario. Did you see the elevator on the main floor? There's got to be a way to get it rocking again. Ja, wir sind hier eigentlich fertig. Wir machen als nächstes dann hier Boo-Family-Mansion. Bis dann, Glück auf, euer Heid.